recht herzlich willkommen zur 215 folge von towns hier unten sind sie nicht am buddeln oder sieht nicht so aus da ist gerade noch ein held der durch die gegend fährt fährt genau der fährt wahrscheinlich richtig durch die gegend wir sind hier auf ebene 14 und ja 19 soll es auch geben aber wir kommen nicht runter keine ahnung warum geht das eigentlich geht auch nicht kann natürlich sein dass es nicht vergeht weil wir nur bis da gebuddelt haben das weiß man nicht jetzt so da hat man das noch meinen auftrag gegeben jetzt ist die frage warum es da nicht weitergeht haben wir oben noch so viele markierungen das erst fertig haben wir hatten ja auch zum anfang nur einen bauarbeiter und da muss man ein paar mehr kriegen wie sieht es überhaupt mit den migranten aus ok da sind noch welche drei die sind auch schon ausgerüstet essen haben wir 17 bergmänner haben wir nur noch fünf träger holzfäller herkommt dann gibt es hier noch ein paar neue jobs mehr männer machen wir zwei und das sind dann sieben und immer noch den letzten hier zum träger so haben wir das auch wieder gemacht ja gut jetzt weiß ich gar nicht da war noch was da muss noch was ausgehoben werden dann lassen wir das noch weiter arbeiten gehen wir mal weiter hoch so diese ebene ist ganz nett da gucken wir mal rein ja wir können mal gerade hier vorbeigucken wie es mit essen aussieht ok 9 brote bei apple bieren parisien kuchen noch was hier ist noch ein kuchen ja ok jetzt nichts weltbewegendes reicht aber erstmal wie sieht es oben aus ok da müssen wir noch weiter daran arbeiten machen wir gerade hier das an können wir den auf jeden fall setzen und ja schiff das habe ich darüber drückt gehabt warum wurde der jetzt nicht ausgewählt gut haben wir machen wir auch dann noch ein paar hin ok aber da mal und wir müssten dann weiter nach also die schifftaste nicht gedrückt er kommt sagt noch mal so und dann wird er schon werden zack weg und eigentlich hier ziehen oder kann man das ist ja wieder super toll geht nicht mehr kommt zack läuft hier schon was passiert spiel in pause ne kriegen wir einen angreif rein oder was ja gucken wir mal gerade an ok das ist egal das weiterlaufen sind wir schon oben ja rausgewählt ist noch guck mal das ging hier flott mit dem da dran bauen äh ja mach das da mal hin und dann müssen wir hier ein paar skafholz noch bauen dann muss man hier hin gut das haben wir geschafft da ist einer runter gefallen das war der hier und dann fehlt es da dran da haben wir das dann wird er wahrscheinlich gleich schnell da hoch getragen da kann auch schon wieder einer hin ok die werden da auch anhängen gebracht jetzt gucken wir mal hier können wir zum beispiel einen schon destroyen und den auch und den da auch da ist auch ein kaputt und der kann sind aber noch fit ja mal gucken dass wir hier wieder welches anstehen die gehen auf jeden fall ne auch mal schon sofort gesetzt worden super ja wir können mal hier diese die lieben also anloggen dann können wir auch weiter benutzt werden vielleicht noch schnell so ist die frau wie schnell das geht dann sieht gerade nicht so gut aus ok so jetzt müssen wir diese reihe nehmen das müsste ja diese dann sein oder das ist wieder einer daneben ist auch vorbei oder wie ist das nochmal das ganze den auswählen und es muss dann der sein oder was so irgendwie so hin das ist dann auch so gemacht wird wie ich mir das vorstelle so da geht nicht weil keine dinge darunter sind alles klar dann muss das wohl hier so ein paar noch hin haben der ist dann schrott zum beispiel da ist auch noch einer schrott der da auch gut ok da ist nicht dahin gebracht worden ich dachte es wird gemacht aber war wohl nicht so aber so und so und der kann man ja auch mal so machen und der geht dann dahin oder ja kann man schon den nächsten hinsetzen läuft die beiden gehen auch das geht dann auch ich glaube der kann schon anlockt werden der ist noch anlockt aber da den müssen wir noch weg machen der kann auch noch anlockt werden da ist einer runtergefallen gut das loch wird geschlossen das ist auch so gemacht worden super läuft ne da kommt eine karavane rein lassen wir weiter laufen so das hat dann schon mal schön geklappt und wenn der da lang läuft dann ist das da dann können wir den schon mal da einsetzen weil woanders kann er keinen hinbauen ok und destroy den und hier auch hier vorne ist auch schon einer kaputt und da gehen sie auch alle kaputt dann ist das so ne hauen wir die alle weg destroy destroy so sieht es ganz ordentlich nur aus da ist noch gerade einer wieder kaputt gegangen da war auch einer jetzt ok ok da ist auch schon wieder fertig dann der nächsten bitte das da klappt weiß ich nicht das da klappt weiß ich nicht lassen wir mal gucken den haben wir auf jeden fall der ist müll da wird hingelaufen das bedeutet da kann schon der nächste gesetzt werden hier ist auch zugemacht worden sehr gut machen wir mal so und da ne den brauchen wir nicht anloggen den können wir gleich schon destroyen aber wir müssen hier noch was hinsetzen sonst können wir da nicht bauen würde ich sagen ne ist das so keine ahnung gut da geht gar nichts da geht wieder was bringt uns aber alles nicht weiter weil falsche stelle ne gut gut die nummer so und da nochmal wiederum falsch da so jetzt haben wir es jetzt mal gucken wo wir hier eine mauer finden da achso wir sind schon wieder in einer pause weil jetzt die karavane wahrscheinlich da ist die nehmen wir die nehmen wir nicht betten nehmen wir die schränke können wir auch nehmen flott geld brauchen wir nicht die blume können wir auch nehmen deko kiste vielleicht ist auch eine richtige ist egal den nehmen wir auch noch das war es aber das letzte ist ja ziemlich gut ne so wir könnten da steine angeben da haben aber so schicke grüne schleime die können alle weg ok dann gehen wir wieder hoch und geben noch weiter an so dann passt der handel machen wir und zack sind sie beschäftigt ne so da ist auch einer kaputt ja da ist schon wieder einer ok die werden da hin und her geschoben das ist gut so und dann können wir auch hier gucken dass wir da wieder was bauen können da kriegen wir da auch noch was hin ja sieht gut aus und wie es mit dem einen da kriegen wir auch läuft sehr gut es kommen natürlich keine steine weil wahrscheinlich unten am händler gearbeitet wird oder was ok ich will hoffen dass es der ist und nicht der ja kann man den da auch hinsetzen kommt wieder einer mit dem bestell das ist dann jetzt aber der würde ich sagen ne ja und die sind schon ausgewählt oder passt eigentlich ne läuft ne ja hier ist schon wieder einer kaputt machen wir den ganz kaputt der kann auch weg ist dann die frage der der hält ewig ne keine ahnung warum aber weil der wahrscheinlich ständig benutzt wird ist der immer noch heiler ne kann das sein die nicht benutzt werden die verfallen ok da ist einer runter gesaust ja und da ist noch einer runter gesaust wäre jetzt schön wenn die dir hochheben würden und da dran erbauen würden ne das klappt wohl nicht so ganz gut hm jetzt die frage wo dann hier einer den hinbringt ja baut einer mal gerade den da dann können wir den da hochheben ok da kommt er ah guck mal wir haben eben von gesprochen jetzt ist er kaputt dann machen wir das mal so dass wir jetzt hier einen hinstellen und dann gibt es dort den nächsten ich hoffe die nehmen den da jetzt das wäre top noch kommt keiner macht's hm da jetzt geht der da hoch oder genau so ist es super machen wir da auch einen hin das hat geklappt ok noch können sie darüber laufen ne ok den machen wir mal unlock und den können wir schon destroyen und noch sind ein paar zu machen ok ja ich weiß jetzt nicht ob der da benutzbar ist hier kann man auf jeden ah da kommt er auch schon ja der ist noch benutzbar dahinten und dann können wir da auch schon neusten bauen gut jetzt sind es nur noch drei da ja weiß ich jetzt nicht und das war wieder mal voll daneben irgendwie klappt das hier nicht so richtig ne das kann nie sein dass das der ist guck mal dass das dahin gebaut wird ne guck da kommt auch schon wieder einer dann können wir den noch zubauen dann sind wir gleich auf der höhe gut da mach das so der kann da weg destroy der muss auch weg und die anderen sind nur alle heile gut ok dann sind wir hier wieder auch ein stück weiter wir gehen mal einmal in keller gucken ob da irgendwas passiert ist aber ich glaube nicht wo war das ne da sind wir zu weit oben hier ist nix also das ist ja hier wo ist die treppe nach unten wenn da oh sie haben es gemacht kaum zu glauben das heißt wir kommen auch tiefer und das ist natürlich derbe kämpfer jetzt hier ne die hellen sind aber unten ne oder ja ok diese treppe ist natürlich jetzt dann da so verbaut stone ladder machen wir da einen unlock? machen wir da einen unlock? vielleicht können die dann da durchgehen weiß ich nicht ah guck mal da kann man auch noch was sehen keine ahnung warum aber da haben wir was mehr gebuddelt wahrscheinlich dann aber hier geht jetzt die party ab oder was? da habe ich jetzt auch nicht mehr daran gedacht dass wir da unten nochmal was reißen werden aber nun ist es so gucken wir hier noch gerade wie der kampf ausgeht da hat es einen von uns erwischt weil das ist ein was ist das für einer hier äh warte mal wo ist denn der jetzt? da was ist das für einer? oh der steht jetzt gerade da wo ich nicht gucken kann ne? ein höhlentroll ist das ok ja gut ok dann hören wir mit dem höhlentroll hier auf ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss lass uns Untertitelung des ZDF, 2020